Begleite Sean das Schaf und seine Herde auf einen verrückten Trip in die große Stadt. Die Familie wieder zusammen zu treiben, erfordert ein dickes Fell und jede Menge Teamgeist. Um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, braucht es einen cleveren Plan, eine scharfe Verkleidung und die besten Tischmanieren. Von den Machern von Wallace & Gromit und Chicken Run. Sean das Schaf, der Film. Ab 19. März im Kino.